Bruno Gröning Die Mediziner und Wissenschaftler setzen sich mit ihm auseinander. Gröning wird zum Phänomen. Er gerät jedoch in Konflikt mit dem Heilpraktikergesetz. Man macht ihm den Prozess. Gröning wird zwar vom Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde aufgrund schuldausschließenden Irrtums freigesprochen, aber dies kommt einem Heilverbot gleich. Daraufhin gründet er den Gröning-Bund, um in geordneten Bahnen für jeden Nachprüfbar nur als Redner zu den Menschen zu sprechen. Vielerorts werden Gemeinschaften gegründet. Dort hält er in kleinerem Rahmen Vorträge. Obwohl die Heilungsberichte nicht abreißen, steht die Ärzteschaft dem Phänomen Gröning nach wie vor mehr als skeptisch gegenüber. Das sieht nicht gut aus, Frau Weichel. Gar nicht gut. Ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Aber Herr Doktor, es muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben. Ich will Ihnen nichts vormachen, Frau Weichel. Sie müssen damit leben. Tut mir leid. Wenn Sie die Medikamente weiternehmen, können Sie die Schmerzen ertragen. Sie wissen doch selber am besten, was das Zeug für Nebenwirkungen hat. Ich halte es nicht mehr aus. Wunder kann ich nun mal nicht vollbringen, Frau Weichel. Sie haben leicht reden. Wissen Sie eigentlich, was das für mich heißt? Haben Sie eigentlich schon mal was von diesem Gröning gehört? Der Wunder, Doktor. Ja. Das ist doch ein Scharlatan. Ein Betrüger. Der steht vor Gericht, Frau Weichel. Ich rate Ihnen, lassen Sie die Finger davon. Ja, aber es heißt doch, er kann heilen. Ach, das ist doch Unsinn. Was habe ich denn zu verlieren? Irgendetwas muss ich doch tun. Aber doch nicht zum Gröning. Warum denn nicht? Vielleicht kann er mir ja helfen. Bitte, bitte. Ich halte Sie nicht zurück. Gehen Sie ruhig zum Gröning. Aber sagen Sie nachher nicht. Ich hätte Sie nicht gewarnt. Der Gröning ist gefährlich, Frau Weichel. Sehr gefährlich sogar. Denken Sie dran. Ja, ich war seit einem Jahr ungefähr sehr krank. Und zwar fing es langsam an mit Rückenschmerzen, die ich zunächst nicht ernst genommen habe. Aber dann wurde das schlimmer und ich ging in die ärztliche Behandlung und da sagte man mir, das wäre eine Ischias. Und da könnte man gar nicht so viel machen. Ich bekam Spritzen und auch Mittel zum Einreiben. Aber es wurde immer schlimmer. Und dann wurde ich zum Nervenarzt überwiesen. Und der stellte 1950 fest, dass es ein Bandscheibenvorfall wäre, und zwar zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel. Und der löste eine chronische Ischias aus. Nun, 1950, da kannte man Bandscheibenvorfälle ja noch gar nicht. Das war sozusagen etwas ganz Neues. Kein Mensch wusste überhaupt, was ist das denn? Es war sehr schmerzhaft. Und diese chronische Ischias, die zieht sich ja dann an der Hinterseite des Beines herunter, die bewirkte allmählich eine Lähmung. Alles, was man da unternehmen konnte, ist auch gemacht worden an Spritzen und Behandlungen. Zum Schluss sagte der Nervenarzt ja, ich kann Ihnen auch nicht weiter mehr helfen. Ich überweise Sie mal nach Bethel zu Professor Jaspersen. Das ist mein Chefarzt gewesen und das ist der Mann hier in Ostwestfalen. Da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Der hat mich gründlich untersucht und dann sagte er, ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Da müssen Sie wieder nach Hause fahren und dann, mein Mann war mitgefahren, der sagte zu meinem Mann, und da müssen Sie dann mal einen Rollstuhl kaufen, dass Ihre Frau auch noch ein bisschen herauskommt. Sie ist ja noch jung. Und mein Mann hat Ihnen angefleht, Herr Professor, bitte, behalten Sie meine Frau hier. Machen Sie doch irgendetwas. Nein, sagte er, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen wieder nach Hause fahren. Das haben wir dann gemacht, ziemlich verzweifelt. Mein Mann hat keinen Rollstuhl gekauft und ich wurde weiterhin behandelt von dem Nervenarzt in Bünde, allerdings ohne jeden Erfolg. Die Sache verschlimmerte sich so sehr, dass ich eigentlich Tag und Nacht Schmerzen hatte. Liegen konnte ich nur noch auf einer Stelle, gehen nur noch sehr wenig und sehr krumm und so gut wie nichts mehr arbeiten. In dieser Lage war ich, als diese Nichte von Bruno Gröning mich mal sah und da sagt sie, ach, was tun Sie mir leid. Ja, ja, sag ich, ja, leid tun. Dann sagt sie, ja, ich heiße nämlich Gröning. Ich wusste gar nicht, wie sie hieß. Ja, ja, sagte ich. Es sagte mir gar nichts. Ach, sagt sie, Gröning, wissen Sie, Sie wissen doch dieser Wunderdoktor da in Herford, nicht? Ich sage, ach so, ja, der. Ja, sagt sie, halten Sie etwas davon? Ich sage, nee, gar nichts. Das ist doch dummes Zeug. Ach ja, sagt sie, dann hat das ja keinen Zweck. Ich sagte, was hat keinen Zweck? Ja, also, ja, wenn Sie gar nichts davon halten, mein Onkel, der kommt nämlich in der nächsten Woche. Und da dachte ich so bei mir, tja, ich hatte wohl von ihm gehört. Löhne ist ja nicht weit von Herford und das im Wilhelmsplatz war ja bekannt hier in Löhne. Und da dachte ich, ach, kannst du es ja versuchen. Ohne jede Hoffnung und auch ohne jeden Glauben. Es war abends. Ich hatte den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen mit starken Schmerzen. Und er war uns angekündigt worden, so gegen 8 Uhr. Er kam etwas später. Bruno Gröning fing ohne Einleitung und ohne irgendwelche Formalitäten oder Floskeln an. Er fing an zu predigen. Er predigte. So wie ein guter Pastor. Und das kann ich schon beurteilen. Ich weiß, wie die reden. Und so sprach er auch. Man soll also das Gute tun, auch das Gute denken, das ist ja wichtig. Wenn man das tut, dann kommt auch das Gute in einen herein von selber. Ich dachte also, die Predigt ist schön und es gefällt mir auch. Aber deswegen ist er ja eigentlich nicht hier. Es muss doch nun mal irgendwas passieren. Und da unterbrach er seine Predigt und stellte mir eine Frage. Was wollen Sie eigentlich? Ich sagte darauf, Herr Gröning, ich will wieder gesund werden, diese schrecklichen Schmerzen. Ich will mich wieder bewegen können, meine Arbeit tun, meinen Haushalt, meinen Mann versorgen, meinem Beruf nachgehen. Das will ich. Da gab es keine Antwort und kein Kommentar. Er sprach weiter. Und dann etwa nach weiteren zehn oder vielleicht noch eine Viertelstunde stellte er mir die zweite Frage. Da sagte er, warum wehren Sie sich gegen mich? So genau wörtlich. Ich sagte, aber Herr Gröning, ich wehre mich doch nicht. Wie sollte ich mich denn gegen Sie wehren? Warum denn? Doch, sagte er, Sie wehren sich. Mir war das nicht bewusst. Ich war mir überhaupt keiner eigentlichen Einstellung bewusst. Ich dachte nur, was soll das hier? Es muss ja nun was passieren. Es passierte nichts. Ich lach und lach und hatte Schmerzen. Und er redete und redete. Er sprach also weiter. Wieder über eigentlich nur religiöse Dinge. Dann, nach einer weiteren, mindestens halben Stunde, unterbrach er seine Predigt wieder. Und dann kam seine dritte Frage, die eigentlich weniger eine Frage war als eine Art von Anweisung. Er sagte nämlich, warum grübeln Sie so viel? Lassen Sie das. Es bringt Ihnen nichts. Ach, dachte ich, ja. Ja, da hat er recht. Das stimmt. Ich habe immer viel grübelt. Das tue ich auch heute noch. Und da hat er wirklich recht. Ich dachte so einen Augenblick, wieso kann er das wissen? Sieht man das vielleicht in den Augen? Oder erkennt man das sonst irgendwie? Das waren die drei Dinge. Weiteres hat er nicht mit mir gemacht. Und da ganz plötzlich, mitten während einer seiner Sätze, kam er so ein bisschen nach vorne und schlug mit der Hand flach auf meinen kleinen Nierentisch und sagte so, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss weg. Und in diesem Augenblick, in diesen einen einzigen Augenblick, in dieser einen einzigen Sekunde, da ist es passiert. Ich kann nicht sagen, was. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Auch heute nicht. Auch nach 45 Jahren noch nicht. Ich weiß keine Erklärung. Auch mein Mann nicht. In dieser einen Sekunde stand er auf und ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Ich stand einfach auf. Genau weg von meinem Sofa, auf dem ich gelegen hatte. In diesem Augenblick waren alle Schmerzen weg. Ich konnte ganz gerade stehen, ohne jede Behinderung. Und ich stand ihm gegenüber in einem ganz kurzen Abstand. Er war ja nicht sehr groß, kaum größer als ich. Ich konnte ihm genau in die Augen sehen. Und ich sah ihm in die Augen. Und da sah ich ein Strahlen drin, das ich nicht beschreiben kann. Und in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, wenn du jetzt nicht aufgestanden wärst, dann hättest du deine letzte Chance verpasst. Deine einzige allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Sehen Sie, sagt er. Aber nun gehen Sie nicht gleich morgen früh in die Waschküche, sondern gehen Sie zu Ihrem Arzt. Und dann drehte er sich um und die anderen drei standen auf. Und mein Mann wurde nervös und versuchte hier seine Brieftasche herauszuziehen und wollte ihm Geld geben. Da war er schon an der Tür, Herr Gröning. Und mein Mann wollte ihm jetzt einen Schein zuschicken. Ich weiß nicht, wie viel es war, es war aber jedenfalls ein größerer. Und er sagte freundlich, aber sehr bestimmt, nein, geben Sie es nicht mir. Geben Sie es den Armen. Nicht ich habe Ihnen geholfen. Gott hat es getan. Und dann ging er raus, ohne sich zu verabschieden weiter, sehr schnell. Und seine zwei Begleiter, also das junge Mädchen und ihr Freund, hinterher und waren weg. Und mein Mann stand wortlos, sprachlos an der Tür. Es war ein Zustand, den ich nicht in der Lage bin, mit Worten zu beschreiben. Und Sie können mir glauben, dass ich mir oft überlegt habe, welche Worte passen da wohl. Es habe keine, auch heute noch nicht. Auch nach 45 Jahren noch nicht. Ich stand da ohne Schmerzen, gerade. Und ich war immer so stolz gewesen auf meine gerade Haltung und hatte sie ein Jahr lang nicht mehr haben können. Ich habe mich an Tischen und Stühlen entlang gequält. Und da stand ich. Und ich war frei und ich war auf eine ganz sonderbare Art und Weise glücklich. Am nächsten Morgen bin ich, genau wie Bruno Gröne es gesagt hätte, nicht in die Waschküche gegangen, sondern bin sofort zum Arzt gefahren. Das war ein Dr. Kuhlmeier in Bünde, ein junger Arzt, der mich nun in all der Zeit behandelt hatte. Bin hereingegangen in seine Praxis. Ach, sagt er, was sehe ich, Frau Knollmann? Ja, sagt er. Ja, was ist denn nun passiert? Sie können ja gehen. Ich sage, ja. Und ganz gerade, sagt er, was haben Sie denn gemacht? Nein, ich habe nichts gemacht. Bruno Gröning hat das gemacht. Was? Sagt er. Na, hören Sie mal. Was? Setzen Sie sich mal hin. Wieso das denn? Das müssen wir mal erzählen. Ich habe mich hingesetzt und habe es ihm erzählt. Genau so, wie es war. Und er hat sich alle schweigend angehört. Er hat mich nicht unterbrochen. Er hat auch kein ironisches Gesicht gemacht, wie man das nachher immer sah. Er hat mir ganz still und aufmerksam zugehört. Und ich habe es ihm genau so erzählt. Er nahm sich sehr viel Zeit. Und als ich fertig war, habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nun, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Ja, sagt er, ich habe alles getan, was ich konnte. Alles, was in meiner Macht stand, habe ich getan. Ich konnte Ihnen nicht helfen. Wenn er es konnte, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ja, sagt er, ich bin ja Nervenarzt. Nun gibt es natürlich im Grenzbereich zwischen Körper und Seele vielleicht ein schmales Gebiet, wo man unter Umständen ansetzen kann. Ich konnte es nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Vielleicht ist Gröning so einer. Aber, sagt er, ich sehe ja, dass Sie gehen können und keine Schmerzen mehr haben. Also, wer heilt, hat recht. Selbst in der Presse sorgt die Heilung von Frau Knollmann später für Aufsehen. Von Seiten der Ärzteschaft gibt es jedoch auch kritische Töne. Nun hatte mich Professor Jaspersen ja auch untersucht und hatte gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Durch Doktor Kuhlmeier erfuhr er einige Zeit nach meiner Heilung, dass ich gesund geworden war. Als er hörte, auf welche Art und Weise, bekam er einen Wutanfall. Er ließ alle seine Ärzte, Oberärzte, Assistenzärzte und sogar seine Schwestern zusammenrufen in seinem Sprechzimmer und sagte dann in höchster Empörung, das müssen Sie sich mal vorstellen. Da habe ich jahrzehntelang gelernt und studiert und Sie alle haben mir geholfen und wir haben getan, was wir konnten. Und da kommt dann so ein Wunderdoktor und der kann das, was wir nicht konnten. Der heilt diese Frau in einer einzigen Sekunde ohne irgendwas. Der hat sie nicht mal angefasst, der hat ihr nicht mal eine einzige Frage gestellt, der hat nicht eine einzige Anweisung gegeben und dann steht die Frau auf und ist gesund. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da kommt ja so ein Zimmermann da. Einer aus Danzig ist der, nicht? Der kommt da her und der macht die Frau gesund. Und wir, wie stehen wir jetzt da? Lasst euch euer Schulgeld wiedergeben. Zu Professor Jaspersen bin ich nie wieder gefahren. Warum sollte ich auch? Ich war ja gesund. Ich habe seit der Zeit keinerlei Bandscheibenbeschwerden mehr gehabt. Gröning betont immer wieder, dass Gott der größte Arzt sei und es kein Unheilbar gäbe. Der Mensch müsste sich jedoch vor allem von der Krankheit lösen. Er fragt nicht nach den Krankheiten, sondern er heilt. Er sagt, ich schicke Ihnen etwas. Und zu der Dame sagt er als erstes, Sie sitzen auf Ihrer Krankheit. Ihnen kann ich nicht helfen. Wir haben das so verstanden, dass er sagen wollte, Sie haben sich mit allem abgefunden. Es sind zu viele Jahre dazwischen und Ihre Körper, Ihre Seele hat sich hineingefunden in das Schicksal und da war nicht mehr anzusetzen für ihn. Da passierte diese folgende Episode, dass auch zwei alte Damen da waren. Und zu einer der alten Damen sagte er auch, Ihnen kann ich nicht helfen, Sie sitzen auf Ihrer Krankheit. Und die beiden gehen raus, sagt die eine zur anderen Tür, verstehe ich nicht, ich habe doch keine Hämorrhoiden. Wenn ich mich dem öffne, dann kann ich es empfangen. Wenn ich zuschließe, dann ist es finster. Das ist genauso wie der Strom in einem Haus, die Leitungen sind da, knipse ich den Schalter an, dann wird es hell, lasse ich den Schalter zu, dann bleibt es finster. So einfach. Die großen Dinge sind alles so einfach. Kompliziert machen es erst die Menschen. Und dann hat er erklärt, also hat er einen Zündheitsschalter genommen und hat es jemand hingehalten. Und der hat nicht zugegriffen. Dann fiel das runter. Dann hat er gesagt, so ist es mit den Heilungen. Wenn einer nichts annimmt, dann kriegt er sie nichts. Ganz einfach. Ich habe ihn nicht gefragt, man konnte ihn sehr schlecht fragen. Lies sich überhaupt nicht gerne fragen. Da hat er ein einziges Mal einen kurzen Satz gesagt, jetzt muss ich wieder sehr vorsichtig sein, damit ich mich auch noch genau erinnere, es ist ja alles so lange her. Er sagte, sie haben sich einen kurzen Augenblick lang nicht gewehrt. Und da ging es. Dann lacht er mich an. Er konnte ja sehr schön mich lachen. Dann lacht er mich so an. Da ging es. Das höre ich heute noch. Da ging es. Das war der Mensch in meinem Leben, der ganz, ganz etwas Besonderes bedeutet hat. Der war außerhalb aller Möglichkeiten des Verstandes und auch außerhalb aller Möglichkeiten der Erklärungen. Es war etwas, das uns als Verstandesmenschen widerfahren ist. Obwohl wir für alles immer Erklärungen suchten und meist auch gefunden haben. Und obwohl wir niemals an irgendwelchen mystischen Kram geglaubt haben. Das gab es für uns einfach nicht. Das war Quatsch. Und nun kommt also dieser Mensch und heilt mich auf eine, ich muss schon sagen, mystische Weise. Und das geschieht mir, ausgerechnet mir. Frau Knollmann kommt auch in Berührung mit den Staniolkugeln von Bruno Gröning, die er an seine Freunde als Andenken verteilt. Er sagt über die Kugeln, dass sie durch ihn mit der göttlichen Kraft aufgeladen seien. Meine Schwester, die ist etwas jünger als ich und hatte einen ganz unerklärlichen und unheilbaren Hautausschlag, der langsam anfing und sich allmählich über den ganzen Körper erstreckte. Und da die Ärzte ihr nicht mehr helfen konnten, kam sie ins Krankenhaus, in die Uniklinik in Münster, da wohnt sie. Und sie wurde also eingeliefert, hoffnungslos. Wir haben alles versucht, was ist das? Der Ausschlag geht über den ganzen Körper, die Haut atmet nicht mehr, sie erstickt also. Ich bin da hingefahren und stand dann eher im Bett und hilflos und hatte meine Kugel mit. Und die habe ich ihr gegeben. Gar nicht mal in einer Art von Sicherheit oder Hoffnung, sondern nur in dem verzweifelten Versuch, meiner todkranken Schwester irgendwie irgendwas helfen zu können. Die habe ich ihr gegeben und habe gesagt, pass gut auf die Kugel, nimm die. Aber die darfst du nicht verlieren. Ich muss die unbedingt wieder haben. Die darf nicht wegkommen. Und sie hat die Kugel genommen und innerhalb von zwei Tagen war der ganze Hautausschlag weg. Alle Professoren schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und sprachen von Wunder. Na ja, da gibt es eben wohl doch Wunder. Die Kugel habe ich dann wiederbekommen. Und anderer Fall war die Frau meines Sozius, Ferge, Klavierspielerin, begabte Frau. Die konnte die Oktave nicht mehr greifen. Und dann nahm ich von Gröning mit in Silberpapier eine Kugel. Die brachte ich mit und gab sie Frau Ferrer und sagte, sie haben sowas von Wunder Gröning, müssen sie in die Hand nehmen. Hoffentlich hilft's. Und am nächsten Tag sagte die mir, ich habe die gar nicht die ganze Nacht behalten können. Das war ja furchtbar. Sie kribbelte derart in meiner Hand, dass ich sie ausgewechlicht habe. Aber sie konnte die einen Oktave plötzlich wieder greifen. Und das blieb auch. Sie konnte wieder schick Klavier spielen. Bruder, hat also nicht geholfen. Das war kein Zweifel. Bruno Gröning bittet einen seiner Freunde, Herrn Finger, der beruflich nach Brasilien geht, dort Gemeinschaften aufzubauen. Er begrüßt es ausdrücklich, dass auch im Ausland Freundeskreise entstehen. Auch ihm gibt er einige Kugeln zum Verteilen an hilfesuchende Menschen mit. Und jetzt habe ich einen Freund in Brasilien gehabt, der war knapp vor der Europareise und hat in der Nacht Nierenentzündung bekommen. Seine Frau hat mich angerufen ins Büro und sagte, er hat geheißen Schmucki. Mein Mann ist ein Schweizer gewesen. Mein Mann ist so krank, der kann nicht ins Büro kommen. Er ist so krank und morgen sollen wir nach Europa fahren. Ich weiß nicht, was da los ist. Da habe ich eine Kugel genommen und bin zu ihm gegangen. Das ist mir spontan eingefallen. Er hat natürlich gefiebert. Ich bin zu ihm gekommen, habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich werde Ihnen eine Kugel geben von Gröning und habe ihm von Gröning erzählt. Und da hat er seinen Nachtkassel aufgemacht und hat die Kugel genommen und hat sie hineingelegt und dazu gemacht. Ich muss sagen, die Familie ist sehr, sehr katholisch fromm. Am nächsten Tag ruft mich die Frau von ihm an und sagt, meinem Mann fehlt nichts mehr. Der Doktor war da, wir können morgen wieder fahren. Und ich bin gleich hingegangen, was hast du gemacht, was haben sie gemacht? Er sagte, also in der Nacht bin ich aufgewacht, ich war in Schweiß gebadet und habe eine Stimme gehört, haben Sie keine Angst, ich stehe hinter Ihnen und halte meine Hände über Ihren Rücken. Das hat er mir gesagt. Also ich war ganz verpflichtet gewesen. Und er hat seine Kugel in die Hand genommen, weil sie auf einem Tierschloss gelegen ist, vor dem Schloss, und hat sie weggelegt. Und denselben Traum und die Erschütterung hat er noch einmal gehabt. Wieder Schweißdach, wieder dasselbe Gespräch und immer wieder mit den Anfangsworten, haben Sie keine Angst. Und er ist tatsächlich am nächsten Tag nach Europa geflogen. Das war auch eine Spontansache. Und eine zweite Spontansache habe ich auch mit einem Direktor von einer Tuchfabrik gehabt in San Paolo. Das war etwas später. Der hatte Krallenfinger. Also etwas, wo man nicht die Hände aufmachen kann. Und da bin ich zu ihm gegangen, da war ich bei Du mit ihm und habe gesagt, du, ich werde einmal von Herrn Gröning, wo ich ihm die ganzen Geschichten erzählt habe. Und da habe ich eine Kugel gegeben. Nächsten Tag ruft er mich an, komm zu mir, Erich, komm. Die Hände aufgemacht. Also wenn ich nichts glaube und von anderen Seiten auch nichts eingeflüstert bekomme, das sind Tatsachen, die ich tatsächlich erlebt habe. Bruno Gröning werden auch hellseherische Fähigkeiten nachgesagt. Er selbst deutet es öfteren an, dass er mehr sieht als die meisten Menschen. Er hat mich mal mit dem Wagen zum Bahnhof gefahren. Und ich saß ganz zerknautscht neben ihm und hielt meine Hände krampfhaft fest. Und plötzlich fängt er an zu grinsen und sagt, warum denken sie dauernd, ich darf nichts denken, ich darf nichts denken. Und es war an dem, nicht? Ja, 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 bloß nichts denken, nichts denken. Sonst kann er das irgendwie merken. Ich meine, ich war völlig harmlos, aber dass jemand in meine Gedanken hineingehen kann, das war mir also unheimlich. Und da hatte ich auch ein besonderes Erlebnis mit einem Bekannten, der meinte, ja, so, das ist wohl Scharlatanerie, ich möchte gerne mal kommen, aber ich verstecke mich, dass ich gar nicht gesehen werde, so hinten in der Ecke und hinter dem Nachbarn vor allen Dingen, der vor mir sitzt. Naja, und dann hat er das gemacht und als Gröning dann reinkam, war sein erstes Wort. Es sitzt da jemand in der Ecke in der letzten Reihe, der nur aus Neugierde gekommen ist und kritisieren möchte. Bevor er den Saarum nicht verlässt, fange ich gar nicht an. Und dann war er natürlich erledigt, ja, und überzeugt, dass er wirklich mehr sah, als so der normale Durchschnittsbürger sehen kann. Das war sicherlich eine Begabung seinerseits. Und da hat er gesagt zu meinem Mann, den er ja noch nie gesehen hat, und wir kannten ihn ja auch nicht, hat er gesagt, Sie heißen Gerhard Seidenberg, sind in Lötzen geboren, sind so und so alt, Ihr Beruf ist das und das. Also da war man natürlich sprachlos, wie kann der das wissen? Und währenddem wir uns da unterhielten, da kamen andere Passanten, das waren dann am Ende etwa 10 oder 20 Leute. Die haben dann so einen großen Halbkreis um ihn gemacht, er stand da in der Mitte und er hat aber immer noch mit uns gesprochen, mit meinem Mann und mir. Und da hat er gesagt zu mir, Sie haben in Ihrer Tasche einen Brief, nehmen Sie den mal in die Hand. Und da habe ich den Brief, der ja geschlossen war, in die Hand genommen, in die geschlossene Hand und da hat er gesagt, in dem Brief steht. Und da hat er die ersten Sätze vorgelesen. Also wenn Bodo, das weiß ich heute noch, wenn du wartest, dass Bodo dir schreibt, kannst du lange warten. Und dann hat er gesagt, also hat er zwei Sätze wörtlich gelesen aus dem geschlossenen Brief in meiner geschlossenen Hand und dann hat er gesagt, das wird zu intim, da möchte ich aufhören. Wie kann man denn in einer geschlossenen Hand einen geschlossenen Brief vorlesen? Es war also außerordentlich verblüffend, was er gesagt hat. Während eines Urlaubs in Deutschland erlebt das Ehepaar Finger ebenfalls etwas Sonderbares mit Gröning. Und da saßen wir so und da sagte er auf einmal, wollen wir doch einmal sehen, was eigentlich die Gerti macht. Und das war unsere Tochter, die war 10.000 Kilometer von uns entfernt. Also, die Gerti, die ist ja gar nicht zu Hause. Die ist ganz woanders. Die ist bei einer Freundin. Aber es geht ihr gar nicht gut. Sie war damals schwanger gewesen. Sie steht jetzt auf, sie geht in die Küche, sie geht zum Eisschrank. Und das hat er immer so in Etappen gesagt, wie sie das eben gemacht hat. Sie macht den Eisschrank auf, sie trinkt etwas. Ich kann aber nicht sagen, was es ist. Und nach einer Weile dann war wieder Pause. Dann sagte er, jetzt geht es ihr besser, jetzt geht sie ins Bett. Sie war damals schwanger. Jetzt geht sie ins Bett und jetzt ist sie eingeschlafen. Und jetzt, das hat meine Frau, meine liebe Frau, aufgezeichnet und hat der Tochter geschrieben, was da war und hat sie gefragt, was war eigentlich an diesem Tag? Da sagte sie, wir waren nicht zu Hause. Wir sind doch übersiedelt. Ich bin bei der Maria gewesen mit der Sigrid. Ja, was habe ich gemacht? Es war mir überhaupt nicht gut. Ach, diese Schwangerschaft, ich wäre froh sein, wenn das vorbei ist. Mir geht es wirklich schlecht. Und was habe ich getrunken? Ich habe nichts getrunken. Ein Barte-Tee. Und das hat er nicht erkannt gehabt. Er kannte ja, wenn es ein Bier oder ein Wein oder sonst was gewesen wäre, oder ein anderer Tee, hätte er das sagen können. Aber er sagte direkt, dieses Getränk kenne ich nicht. Und so ist die Geschichte gewesen. Also hat er auch eine Verbindung herstellen können, die unglaublich ist. Und das hat tatsächlich gestimmt. Und für uns war also diese wahnsinnige Entfernung eine ganz große Sache, dass er auf so etwas eingehen kann und so etwas überhaupt feststellen kann. Und da habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, wie können Sie das eigentlich machen und sagen? Sagt er, es gibt auf der Welt Dinge, die sind nicht zu erklären. Am 4. März 1955 erhebt die Staatsanwaltschaft München erneut Anklage gegen Bruno Gröning. Es wird ihm wiederum zur Last gelegt, gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Außerdem wird er in einem Fall der fahrlässigen Tötung bezichtigt. Bis dahin hat er im Rahmen des Gröning-Bundes bereits viele Gemeinschaften aufgebaut. Die Entwicklung ist bis zu diesem Zeitpunkt sehr positiv verlaufen. Herr Gröning hat wieder eine Anklage-Schrift erwartet und wollte, dass mein Mann sie lesen sollte. Mein Mann war derzeit Richter in Bad Kissingen am Amtsgericht. Er gab meinem Mann die Anklage-Schrift in die Hand und sagte, ich bin weder Heilpraktiker noch irgendwas, ich gebe keine Medikamente und verlange auch kein Geld. Mein Mann las es und sagte, ich verstehe nicht, weshalb sie angeklagt sind. Bruno Gröning bittet den Rechtsanwalt Dr. Schwander, in dieser Angelegenheit seine Verteidigung zu übernehmen. Ein enger Mitarbeiter Grönings, Egon Arthur Schmidt, wird durch ein Gespräch unter vier Augen mit Dr. Schwander auf recht eigenartige Dinge aufmerksam. Ergebnis? Die Staatsanwaltschaft werde ganz offensichtlich von Hinterkräften angeregt, mit aller Schärfe gegen Bruno Gröning vorzugehen. Man bemühe sich allerdings, es zu keiner öffentlichen Verhandlung kommen zu lassen und sich um eine Gerichtsentscheidung herumzudrücken und hoffe, dies dadurch zu erreichen, dass schon vorher in aller Stille gegen Gröning ein Verfahren zur Aberkennung seines normalen Geisteszustandes eingeleitet werde. Man habe ihm jedoch, so betonte Dr. Schwander, ganz offen zu verstehen gegeben, dass man seine Verteidigung sehr ungern sähe, da er schon im ersten Schriftsatz wesentliche Schwächepunkte der Anklageschrift aufgezeigt und die Sachbearbeiter in Verlegenheit gebracht habe. Die Staatsanwaltschaft, vor allem die hinter ihr stehenden Mächte, haben alles darauf angelegt, Bruno Gröning so abzuwürgen, dass er keine Gefahr mehr für sie darstellen kann. Man werde nicht davor zurückschrecken, sein Wirken als gemeingefährlich hinzustellen. Dr. Schwander betonte wiederholt, es geht jetzt um sein oder nicht sein. Bruno Gröning muss sich zur Vorbereitung des Prozesses auf Zurechnungsfähigkeit untersuchen lassen. Dem Gericht wird ein umfassendes nervenfachärztliches Gutachten zugestellt. Man kam zu folgendem Ergebnis. Bewusstseinsklarer, vollorientierter Mann. Der formale Denkvollzug ist intakt. Inhaltlich findet sich nichts Abnormes. Gröning hat eine sehr gute Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Die Intelligenz ist gut durchschnittlich. Besonders gute Leistungen zeigt Gröning aber auch im Erkennen von Sinnzusammenhängen in menschlichen Situationen. Die Intelligenzprüfung ergibt einen verbalen Intelligenzquotienten von 107, also eine leicht überdurchschnittliche Leistung. Er besitzt eine ausgeprägte Selbstdisziplin. Vor allem hat er echtes Mitgefühl. Seine Wirkung auf Heilungssuchende ist nicht aus negativen Persönlichkeitseigenschaften zu erklären. Gröning wird vom Schöffengericht München vorgeladen, am 30. und 31. Juli 1957 zum Hauptverfahren zu erscheinen. Die Anklagepunkte lauten, im wiederholten Falle Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Außerdem fahrlässige Tötung im Falle einer jungen Frau namens Ruth Kuhfuß, der im Jahre 1949 in Verbindung mit seinem früheren Manager Otto Meckelburg begegnet war. Ein großer Presserummel beginnt, der den Prozess zur Sensation werden lässt. Das öffentliche Interesse war sehr groß. Ich wohnte damals in München in Schwabing und habe es dann erlebt, dass in der Mittagszeit die Radiolautsprecher in gewissen Geschäften angestellt wurden. Es klang fast wie ein Gebelle, also gar nicht in normaler Redensart. Man hatte als Laie das Gefühl, als ob dieser Gröning eben verurteilt werden sollte. Für Gröning sind die Anklagepunkte völlig unverständlich. Immer wieder hat er betont, Die Kraft Gottes ströme durch seinen Körper zu den Menschen. Er sei nur ein Werkzeug. Zum Anklagepunkt der fahrlässigen Tötung wendet er sich sogar schriftlich an seine Freunde. Er schreibt, Wer mit klarem Verstande diese Meldungen gelesen oder gehört hat, wird erkannt haben, was mit ihnen bezweckt werden soll. Verwirrung unter meinen Freunden herbeizuführen und alle Suchenden davon abzuhalten, sich mit unseren Bestrebungen und dem von mir verkündeten Erkenntnisgut näher zu befassen. Meine Freunde wissen, dass ich keine Heilungsversprechen mache und dass ich von ärztlicher Behandlung nie abrate. Wie ich ihn erlebt habe im Justizverlust, vollkommen ruhig. Er hatte ja recht. Er hatte nichts Böses getan. Und seine Gelassenheit, die ich zu spüren bekam, ging ja zu ihm hin. Und er hat nur gesagt, es wird nichts, er wollte mich beruhigen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gröning wirkte vollkommen schlicht. Er ist nach meiner Meinung kaum größer als ich, also ungefähr 1,66, 1,67 groß. Er wirkte sehr bescheiden, einfach in der Kleidung, einfach in seinen Gebaren. Er hat ohne jede Spitze sofort und ruhig geantwortet. Und ich kann ihm insofern als Persönlichkeit nur das beste Zeugnis ausstellen. Er hat gesagt, was er sagen konnte. Das heißt, er heile nicht, er ist heil. Er hat nichts gemacht. Er hat auch nicht Leute gesagt, sie müssen das und das tun oder nicht das und nicht zum Arzt. Ich habe nichts gesagt, sie sind gekommen von selbst und sie waren geheilt. Und deshalb hat er mich angeklagt, weil sie geheilt waren. Aber ich habe nichts getan. Ich habe nur gesprochen mit diesen Leuten und fertig. Und ich habe nur die Kraft gespürt. Ich bin zu den Vorträgen erschienen wie zu einer Vorlesung. Auch sagte ich, dass es nicht auf mich ankommt, sondern dass es zum Heilen kommen kann, wenn der Mensch weiß, was er speziell für seinen Körper nötig hat. Ich habe allen Teilnehmern gesagt, dass ich nichts von ihrer Krankheit hören will. Wer sich behandeln lassen will, solle zu einem Arzt gehen. Wenn die Leute sagten, Herr Gröning, heilen Sie mich, so sagte ich, nicht ich heile, sondern es kann zum Heil führen. Wenn jemand sagte, er verspüre keine Schmerzen mehr, er könne wieder gehen und so weiter, so sagte ich, danken wir Gott, seien Sie zufrieden. Ich bestreite, gesagt zu haben, Ruth Kuhfuß solle nicht mehr in ärztliche Behandlung gehen. Vater Kuhfuß sagte, er habe so viel Vertrauen zu mir, dass er glaube, ich könne seine Tochter heilen. Meckelburg habe ihm gesagt, ich könne seine Tochter heilen, wenn ich nur will. Kuhfuß war von seiner Meinung nicht abzubringen. Ich habe es erlebt, wie damals der Staatsanwalt seinen Vortrag hielt. Und da ich kein Jurist bin, hat mich das ein bisschen schockiert. Der Staatsanwalt wirkte, zumindest nach meiner Auffassung, ungerecht, heftig, rechthaberisch. Jede Tätigkeit, die mit Heilen zu tun hat, fällt unter das Heilpraktikergesetz. Die Kranken sind zu den Vorträgen des Angeklagten gekommen, weil sie daran glaubten, dass er sie heilen könne. Sie sind nicht um des Vortrags willen gekommen, der als Abklatsch biblischer Aussagen an sich keinen Wert hat. Darum muss Gröningstätigkeit unter das Heilpraktikergesetz fallen, zumal sie ja auch gewerblich ausgeübt wurde, da sie mit Einnahmen verbunden gewesen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei den geleisteten Zahlungen um freiwillige Spenden oder erhobene Eintrittsgelder handelte. Außerdem halte ich den Angeklagten für schuldig, Ruth Kuhfuß an einer lebensrettenden Maßnahme gehindert zu haben. Statt einer solchen hat er ihr lächerliche Staniolkugeln und sein Bild verschrieben, mit dem ausdrücklichen Hinweis, ärztliche Behandlung zu meiden. Der Angeklagte hat sich darüber hinaus schuldig gemacht, indem er Ruth Kuhfuß, obwohl es ihr sehr schlecht ging, nicht mehr besucht hat. Seine Behauptung, er habe von den Briefen nicht erfahren, steht die Aussage des Zeugen Meckelburgs gegenüber, dass er alle Briefe mit dem Angeklagten durchzusprechen pflegte. Die Glaubwürdigkeit des Zeugen dürfte nicht angezweifelt werden. Der Angeklagte hat sich wie ein Scharlatan verhalten, fahrlässig und gesetzwidrig. Ich beantrage daher zehn Monate Gefängnis, zusätzlich drei Monate wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz. Otto Meckelburg, der frühere Manager Bruno Grönings, behauptet im Prozessverlauf, Gröning hätte Ruth Kuhfuß die Heilung versprochen und dringend von jedem Arztbesuch abgeraten. Bruno Gröning wiederum behauptet genau das Gegenteil, nämlich dass Meckelburg ohne sein Wissen ein Heilversprechen gegeben hätte, obwohl Gröning ihm gegenüber geäußert hätte, dass er in diesem Fall auch nicht helfen könnte. Meckelburg hätte ihm nicht geglaubt und eine mögliche Heilung als Sensationsnachricht in der Presse verwenden wollen. Unter Androhung einer hohen Schadensersatzsumme hätte er ihn gezwungen, den Kontakt aufrecht zu erhalten. So stand Aussage gegen Aussage. In dieser Zeit gibt Bruno Gröning in seiner Wohnung in Plochingen ein Fernsehinterview, das im Südwestfunk ausgestrahlt wird. Hier bezieht er Stellung zu der Angelegenheit mit Otto Meckelburg. Fräulein Ruth Kuhfuß kam im November 1949 mit doppelseitiger Lungentuberkulose zu Ihnen. Wussten Sie, dass es sich um doppelseitige Lungentuberkulose handelt? Nein. Haben Sie auch nicht danach gefragt? Nein, ich frage nie danach. Sie fragen grundsätzlich nicht nach der Krankheit? Überhaupt nicht nach der Krankheit. Entsteht nicht gerade dadurch die Gefahr, dass sich Ihnen Kranke anvertrauen, die organisch erkrankt sind und deren Leiden sich verschlimmern kann? Nein, im Gegenteil. Ich rate jeden Vortragsteilnehmer dazu an, dass es mit dem allen nichts zu tun hat und er seinem Arzt auch weiterhin sich immer wieder zur Verfügung zu stellen hat. Das ist auch im Fall der Ruth Kuhfuß, Herrn Kuhfuß und Fräulein Kuhfuß gegenüber geschehen? Jawohl, im Gegenteil. Fräulein Kuhfuß wie auch der Vater Kuhfuß, beide sagten Sie, dass sie gar nicht daran dächten, sich noch weiterhin den Ärzten als Versuchskaninchen hinzugeben. Worauf ich Ihre große Bedenken bekam und nur eine meiner Pflicht gesehen, indem ich doch der Ruth Kuhfuß angeraten, das heißt zugesprochen auch über den Vater, dass er seiner Tochter einer ärztlichen genauen Nachuntersuchung übergeben möchte, und zwar, dass sie sich röntgen lassen soll oder durchleuchten oder gleich, was hierzu zutreffend ist. Das heißt, ich wollte damit das bewegen, dass Vater und Tochter sich wieder den Ärzten übergeben und dass sie da selbst auch die ärztliche Betreuung in Empfang zu nehmen hat. Nun folgte daraufhin doch eine Reihe von Briefen, aus denen in erster Linie hervorgeht, wie dringend Sie Ihren nächsten Besuch wünschten, in zweiter Linie allerdings auch, dass Sie noch immer keinen anderen Arzt aufgesucht hätten, dass auch die Gesundheitsbehörde bzw. deren Vorladung nicht vorgeleistet wurde. Haben Sie diese Briefe, die beginnen mit dem etwa 4. Januar 1950 und enden mit dem 6. Mai 1950 bekommen? Nein, diese Briefe habe ich niemals von Herrn Mecklenburg vorgelegt erhalten. Er hat mir nur ganz kurze Mitteilungen von Zeit zu Zeit gemacht, dass der Vater Kufus überhaupt keine Ruhe lässt und er darauf drängt, dass ich mal zu ihm hier kommen sollte. Hieraufhin sagte ich Herrn Mecklenburg, dass das weniger notwendig sei, denn ich habe ja bereits das getan, was ich hierin zu tun hatte, indem ich die Tochter wieder den Ärzten übergeben, aufgrund meines Anratens, dass sie sich einer ärztlichen Kontrolle voll und ganz zu unterziehen hat. Kontrolle wie auch die Betreuung als solcher. Ja, soweit ich informiert bin, Herr Gröning, soll es so gewesen sein, dass Herr Mecklenburg Sie am 14. Mai dann geradezu gegen Ihren Willen nach Seckingen gefahren habe. Da konnte er doch nun nicht umhin, wenn er Ihnen bis dahin den Briefwechsel frei möchte, Ihnen zu sagen, dass er so dringlich geworden sei, dass er keinen anderen Ausweg wüsste, als dass Sie dorthin fahren. Oder hat er es Ihnen auch da nicht bekannt gegeben? Nein, hat er mir auch nicht hier bekannt gegeben. Er sagte nur, dass es auf Drängen des Vaters sei, obwohl ich ihn wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich mit dem Fall soweit nichts zu tun habe. Ich bin nur heilfroh, dass tatsächlich Vater und Tochter sich den Ärzten wieder übergeben haben und dass hier die Tochter ja von den Ärzten, also das heißt von ärztlicher Seite, die Betreuung haben wird. Und Mecklenburg sagte, dass es nicht der Fall sei und so weiter, wo ich das als sehr komisch empfunden habe und Mecklenburg die übelsten Vorwürfe gemacht, wie er dazu käme, diesen Menschen Versprechungen zu machen, dass ich sie heilen kann, wenn ich nur will. Was hat Sie denn überhaupt, Herr Gröning, davon abgehalten, zu einer systematischen Zusammenarbeit mit Ärzten zu kommen, die Sie ja davor geschützt hätten, dass Sie, wie in diesem Fall, irrtümlich mit einer organisch Erkrankten befasst werden? Ich habe niemals was gegen die Ärzte gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich ja sogar im Jahre 1949 den Ärzten zu verfehlen gestellt, in dem Glauben, wie man mir auch die feste Zusage machte, dass dadurch der Weg für mich zu den Kranken frei werden wird und alleine die Ärzte als solche den ganzen Schutz mit übernehmen. Natürlich ist es zudem deshalb nicht gekommen, weil meine damalige Umgebung ganz andere Ziele verfolgt, und das heißt ihre eigenen Ziele überhaupt verfolgt hat. Eine letzte Frage, Herr Gröning. Haben Sie die Absicht, abhängig oder unabhängig vom Prozessausgang, Ihre Tätigkeit in irgendeiner Form fortzusetzen? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs weder gegen das Grundgesetz noch gegen das halbpraktische Gesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, und dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben. Hatte Gröning tatsächlich fahrlässig gehandelt und im Falle Ruth Kufu seine Heilung versprochen und vom Arzt abgeraten? Oder schreckte sein früherer Manager Meckelburg vor keiner Lüge zurück, um seine eigene Haut zu retten? Eine eidesstattliche Erklärung von Georg Beuchel aus Esslingen bringt Licht in die ganze Angelegenheit. Er war in Begleitung des Nervenarztes Dr. Keim damals zugegen, als Gröning zum ersten Mal auf Ruth Kufu traf. Er erklärt, Herr Gröning äußerte sich in meinem Beisein zu Herrn Dr. Keim, in diesem Hause würde sich eine Kranke befinden, der aber auch er, Gröning, nicht helfen könne. Aufgefallen war uns in diesem Zusammenhang jedoch, dass ein Herr Meckelburg besonderen Wert darauf gelegt hatte, Herrn Gröning mit den Gästen Kufu's bekannt zu machen. Herr Meckelburg wurde sogar böse, als Herr Gröning seiner Aufforderung, das Zimmer, in welchem Herr und Fräulein Kufu's untergebracht waren, zu betreten, nicht sofort Folge leisten wollte. Mein Eindruck, als auch der Herrn Dr. Keims, den er mir gegenüber mehrfach geäußert hatte, in Bezug auf den Manager Meckelburg, war denkbar schlecht und abstoßend. Otto Meckelburg äußert sich, wie es das Gerichtsprotokoll der Verhandlung beweist, sehr widersprüchlich. Er sei nicht dabei gewesen, als Gröning sich mit Kufu's unterhielt. Der Richter bewies aufgrund des Protokolls das Gegenteil, denn darin behauptete er, Gröning hätte den Arzt verboten. Meckelburg gab an, er könne sich an nichts mehr erinnern. Der Meckelburg hat übel mit ihm mitgespielt. Der Gröning war ein grundansendiger, netter Mann, der aus sich gar nichts machte und immer erklärte, ich will nur heilen, der auch gar kein Geld wollte. Das war alles Meckelburg. Für Bruno Gröning ist der ganze Prozess eine Demütigung. Viele seiner Zeugen werden nicht vorgeladen, wie zum Beispiel Georg Beuchel. Ist alles doch nur ein abgekartetes Spiel? Gibt es tatsächlich Hinterkräfte, wie es Dr. Schwander formulierte, die ihn zu Fall bringen wollen? Dabei könnten viele Menschen bezeugen, dass er Hilfe suchen und nie abgeraten hat, zum Arzt zu gehen. Herr Gröning hat nie die Menschen abgeraten, zum Arzt zu gehen. Die ganzen Jahre, die ich ihn erlebt habe, war das Gegenteil erfolgt. Er sagte zu den Freunden, gehen Sie zum Arzt. Aber wenn Sie zu ihm gehen, dann haben Sie Vertrauen zu ihm. Denn sonst kann er Ihnen nicht helfen. Glauben Sie das, dass die Hilfe eintreten wird? Bruno Gröning hat niemals gesagt, geht nicht zum Arzt. Er hat die Ärzte nicht in den Himmel gehoben. Er hat gesagt, die machen viel verkehrt. Er hat aber auch nicht gesagt, du sollst nicht zum Arzt gehen, denn der Arzt ist ja die erste Stufe, wenn einer was hat, dass er zum Doktor geht und der stellt es fest. Und das war sein, er hat überhaupt nie daran gedacht, irgendwie abzuraten. Er hat auch gesagt, jeder soll das tun, was er glaubt, dass es richtig ist. Und wenn dann der Arzt nicht mehr gekonnt hat, was man bei den Leuten festgestellt hat, die da waren, die waren fast alle beim Arzt und da ging es irgendwie nicht mehr weiter, sonst wären sie ja nicht gekommen. Er legte Wert darauf, dass man weiterhin in ärztlicher Behandlung blieb. Und das zusätzlich noch eher wirken konnte, aber sonst, das ist alles Lüge, was in den Zeitungen stand. Das war nicht wahr. Niemals hat er jemanden abgeraten, zum Arzt zu gehen. Niemals. Er hat den Menschen ja immer nahegelegt, wenn sie zu einem Arzt gehen, dann haben sie vollstes Vertrauen zu dem, dass er ihnen auch hilft. Denn wenn sie das nicht haben und gehen nur hin und sagen, ja, ich kann ja mal hingehen, helfen wir der mir sowieso nicht, dann können sie von vornherein wegbleiben. Dann ist ihre Einstellung ja schon so, dann hilft sie ja auch nicht. Da ist ja ihre Einstellung wichtig. Aber wenn sie Vertrauen haben zu einem Arzt, gehen sie hin. Und wenn sie meinen, sie müssen die Tabletten noch nehmen, dann nehmen sie sie. Da hat er nie jemanden dran gehindert. Er hat nie vom Arzt abgeraten. Er sagte, gehen Sie ruhig zum Arzt. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Im Verlauf der Verhandlung wird durch Aussagen der Mutter von Ruth Kuhfuß ebenfalls deutlich, dass Gröning auch in diesem Fall nicht von einer ärztlichen Behandlung abgeraten hat. Verteidiger Dr. Schwander sagt im Prozess, Sie bestätigt hier also, dass der Angeklagte gesagt hat, gehen Sie zu Frau Volk und lassen Sie sich nachuntersuchen. Damit aber entfällt die Behauptung, dass der Angeklagte gesagt habe, eine ärztliche Untersuchung oder so etwas komme überhaupt nicht mehr in Frage. Und ich darf das hier klein einfügen, das Schreiben des Herrn Kuhfuß zeigt ebenfalls einwandfrei, unwiderleglich, dass er empfohlen hat, dass eine Röntgenaufnahme gemacht wird. Dies beide zusammen zeigt, dass es nicht richtig sein kann, dass der Angeklagte ärztliche Beratung und Hilfe abgeraten hat, sondern dass es so ist, wie er es vorträgt. Bruno Gröning hat in seinen Vorträgen nachweislich nie vom Arzt abgeraten. Er sagt unter anderem, Und ich habe doch immer den Arzt empfohlen und da habe ich den gestrichen von unserer Liste. Ich habe ihn immer anempfohlen, Sie sollen den Arzt aufsuchen. Sie sollen ihm treu bleiben. Wenn Ihnen der eine nicht zusagt, sollen Sie zum anderen gehen. Das hat mit dem Zusammenkommen, mit dieser Zusammenkunft hier nichts zu tun. Überall habe ich es gesagt. Also der Hinweis war da, aber wirklich, Freunde, die das Gute gewollt haben, haben dieses entstellt. Sie wussten sich wirklich nicht auszudrücken. Ist Gröning tatsächlich unschuldig? Oder hat er gemäß Anklage wiederholt gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen? Ich habe Bruno Gröning nie vorher gesehen. Und ich kannte ihn nur von mündlichen Aussagen von Kollegen oder von ein oder zwei Lehrern an der Münchner Heilpraktikerfachschule und wir hatten nur das beste Zeugnis über ihn gesprochen. Wir hielten ihn wirklich als einen ehrlichen und wundertätigen Heiler, den es in dieser Art ja damals überhaupt nicht ein zweites Mal gab. Dass er aber andererseits berechtigterweise von sich aus den Heilpraktikerberuf nicht anstrebte, war mir und vielen meiner Kollegen auch klar. Denn seine Arbeit, sein Tun, und seine, sagen wir mal etwas übertrieben, seine religiösen Heilvorträge haben ja im gewissen Sinne nichts mit dem Heilpraktikergesetz zu tun. Der Heilpraktiker ist juristisch gesehen sogar gehalten, dass er für seine Bemühungen irgendein Honorar nehmen muss und sich deshalb eventuell strafbar macht. Bei Gröning gab es das meiner Meinung nach nicht. Er hat nie ein Honorar genommen. Er hat selbst keine Heilungen vorgenommen, sondern immer wieder gesagt, es heilt. Er hat in seinen Glaubensvorträgen die Leute beeinflusst, ohne Suggestion, ohne Hypnose. Und er hat sie nach seinen Worten, und so klang das auch im Gericht, zum Heil bringen wollen und zur, naja, sagen wir, zur Religion oder zu Gott. Ein Freund Bruno Grönings, der Grenzwissenschaftler Prof. Hohmann, sagt in diesem Zusammenhang, Gröning selbst hat mit dem Heilpraktikerparagrafen überhaupt nichts zu tun. Sobald man in diesem Punkt Anklage erhebt, klagt man den Herrgott selbst an. Was er wirklich tut, ist Apostelgeschichte. Er hält Glaubensvorträge. Kann man ihn deswegen bestrafen? Müsste man nicht jeden Pfarrer, der Krankenbesuche macht, der aufrichtet und tröstet, auch unter Anklage stellen? Wie oft werden Kranke beim Spenden der kirchlichen Gnadenmittel wieder gesund, wenn Gott ihnen übersinnliche Kräfte zukommen lässt? Gröning selbst wirkt wie ein Transformator. Ohne sein Zutun werden Heilungssuchende aufgeladen, sie empfangen den Strom. Er ist lediglich Werkzeug einer höheren Macht, eines höheren Willens. Bischof Kunst schreibt in diesem Zusammenhang dem Gericht rückblickend zur Herrvorderzeit, es stellte sich heraus, dass Herr Gröning keinen, der zu ihm kam, untersuchte. Mir ist kein Fall bekannt geworden, in dem Herr Gröning einen Patienten körperlich berührt hat. Nie ist mir bekannt geworden, dass er einen Kranken zu bewegen suchte, auf die Hilfe der Fachmediziner zu verzichten. Er verordnete auch keine Medikamente. Es wird ein regelrechter Medizinerstreit um das Phänomen Gröning ausgelöst. Man weiß die Geschehnisse nicht einzuordnen. Verhängnisvoll ist für Gröning, dass viele Zeugen ihn und sein Tun mit medizinischen Begriffen beschreiben, sodass sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz verhärtet. Jetzt sind die Zeugen zu Worte gekommen bei Gericht. Und die in ihrer Unwissenheit und Ungeschicklichkeit und Sorglosigkeit haben gesagt, ja, Herr Gröning hat uns behandelt. Ja, der Herr Gröning hat mich geheilt, sagte der eine und der andere. Und der Richter hackte da ein. Und der Herr Gröning war dann so traurig, wie er uns das anvertraut hat. und sagte, die besten Freunde haben mich so hineingelegt bei Gericht. Nur aus Unwissenheit haben sie die alten Worte, die sie die ganzen Jahre verwendet haben, beim Arztbesuch verwendet für mich. Er hat mir es anvertraut, wie ihm das wehtut. Und dann sagte er, empört, Wenn einer mich gefragt hätte, wie eine Heilung zustande kommt, dann wäre der ganze Prozess hinfällig gewesen. Aber das hat mein eigener Rechtsanwalt nicht getan. Und das Wesentliche, das hat sie nicht berührt. Und das Wesentliche ist ja, wie kommt eine Heilung zustande, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe mit dem Anklagepunkt. Er war sehr betroffen. Bruno Gröning wird wegen wiederholten Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz eine Geldstrafe von 2000 D-Mark auferlegt. Vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung wird er allerdings freigesprochen. Durch den Fehler seines Anwalts, der das Urteil weit positiver einschätzt als er selbst, wird keine Berufung eingelegt. Obwohl das Urteil auf den ersten Blick positiv aussieht, ist es für Gröning unannehmbar. Ihm sind nun in jeder Hinsicht die Hände gebunden. Selbst Glaubensvorträge sind nicht mehr möglich. Außerdem gerät er durch die hohen Prozesskosten in große finanzielle Schwierigkeiten. Dennoch kämpft er weiter. Gröning wendet sich in seiner Not sogar an Bundeskanzler Adenauer. Er schreibt, Es geht niemals an, dass das heutige Gesetz sein Verbot dahingehend ausspricht, dass wenn Menschen geholfen werden kann, dieses unmöglich gemacht wird, weil der Helfer nicht eine amtliche Bestätigung dafür aufweisen kann, noch, dass man ihm diese jemals aushändigen wird. Es ist unverständlich und beschämend, dass durch die mir auferlegte Strafe und die Verbote durch die Gesetze nicht alleine der Helfer, also ich selbst, getroffen wird, sondern dass denen in ihrer Not nicht weitergeholfen werden darf, die nirgendwo anders eine Hilfe finden können, weil das Gesetz es verbietet. Hierzu möchte ich einen Ausspruch Bismarcks einflechten. Wem Gott die Kraft gegeben, Menschen zu heilen, dem darf sie die Polizei nicht nehmen. Grönings Hilferuf wird nicht erhört. Seine Situation bleibt unverändert schwierig. Ich meine, er wusste genau seine Berufung. Und die hat er ja auch eigentlich bis zur letzten Konsequenz dieser Berufung nachgegangen. Ohne eigenen Interessen, ohne irgendwelche, also egoistischen Vorstellungen, möchte ich sagen. Die hat er nicht gehabt dabei. Sondern ihm ging es wirklich um Helfen und um Heilen und eben um seinen Auftrag, den er sicherlich hatte, auszuführen und zu erfüllen. Er hat seiner inneren Stimme gehorcht und hat trotz aller Warnungen oder trotz aller Gefährnisse, die ihm in den Weg gestellt wurden, doch weiter nur eins getan, immer geholfen. Er ließ sich in die Irre machen. um nichts in der Welt. Das ist ja das, was dann so einen Menschen auszeichnet. Manche gehen dann in die Knie von denen, die sagen, du lügst. Wenn einer die Wahrheit sagt, dann sagt er eben die Wahrheit. Er hat nicht für sich gelebt, er hat für die Kranken gelebt, für die Menschen. Das ist wahr. Er hat sich nicht gekümmert um sich. Das waren die Menschen, die Kranken zuerst. Ja, die Kranken. Deshalb sind so viele gekommen zu ihm. Gröning bleibt sich treu und lässt sich nicht verzerren. Für ihn zählt das Gebot der Nächstenliebe und das Bewusstsein nicht auf Menschen, sondern nur auf Gott zu hören. In dieser Zeit erscheint im Neuen Blatt eine Artikelserie als dokumentarischer Bericht über Gröning. Der Verfasser, Dr. Horst Mann, ist bemüht, durch das Aufsuchen vieler Zeitzeugen und ausgiebige Recherchen Klarheit in den Fall Gröning zu bringen. Er will der Sache auf den Grund gehen und die Wahrheit herausstellen. Durch seine Arbeit stößt er auf aufsehnerregende Heilerfolge und Grönings wiederholten Hinweis, dass er nur ein Transformator der Kraft Gottes sei. Bruno Gröning schreibt in einem Leserbrief an die Redaktion Mit großem Interesse lese ich ihren Tatsachenbericht. Ich darf Ihnen und Ihren Lesern versichern, dass Sie damit als erste und einzige Zeitung in voller Objektivität die Wahrheit berichten. Dafür möchte ich Ihnen mit meinen Freunden von Herzen danken. Trotz aller Widerstände wird es auch weiterhin mir gebot sein, meinen Freunden und ihren noch leidenden Mitmenschen zu helfen. Heilungsberichte aus dem Jahre 1957 belegen, dass Bruno Gröning seinen Worten den Taten folgen ließ. Heilung von langjährigem Leber- und Gallenleiden, Heilung von Gehirntumor, der vorher von ärztlicher Seite erfolglos behandelt wurde und zur Arbeitsunfähigkeit geführt hatte, Heilung von Bronchialastma, alleine durch den Glauben an Gott und das Gute, wie die Person selber schreibt, Heilungen von Magen- und Darmgeschwüren, Bandscheibenleiden und so weiter. Unzählige ähnliche Heilungsberichte bleiben aus dieser Zeit erhalten. Und? Tja. Ich verstehe das nicht. Es ist nichts mehr zu sehen. Ich hab's Ihnen doch gesagt, der Gröning hat mich geheilt. Das ist doch nicht der Ernst. Doch, seitdem ich das erste Mal bei ihm war, hatte ich überhaupt keine Schmerzen mehr. Aber das gibt's doch nicht. Sie sehen doch, dass es das gibt. Hauptsache, ich bin gesund. Herr Doktor, können Sie das mal eben unterschreiben? Ja, ja. Ich möchte jetzt auch nicht weiter stören. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Weichel. Herr Doktor? Ja. Danke. 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 Wieder meldet sich die Staatsanwaltschaft, die ihrerseits Berufung gegen das Urteil vom Juli 1957 einlegt. Vom 14. bis 16. Januar 1958 kommt es wieder zum Prozess gegen Gröning. Für ihn ist es wohl der schwerste Gang seines Lebens, denn es zeichnet sich immer mehr ab, dass er keine Chance gegen den Machtapparat des Rechtsstaates hat. Seiner Überzeugung nach geht es hier schon lange nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern nur noch darum, ihn endgültig hinter Gitter zu bringen. Diesmal wird er tatsächlich zu 5000 D-Mark Geldstrafe wegen Vergehens gegen das Heilpraktikergesetz verurteilt und der fahrlässigen Tötung im Falle Ruth Kuhfuß für schuldig befunden und zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Er war so empört und sagte dann ganz traurig. Wenn ein Mensch auf dieser Erde was Gutes tut, dafür wird er bestraft, so ist das hier. Er hatte ein großes Vertrauen zu meinem Vater gehabt. Sie hatten sich fast befreundet und ich kann mich erinnern, als er mal zu meinem Vater sagte, er hätte alles so leid und er dauert am liebsten würde ich in einer Hütte im Wald leben. Also das zeugt davon, dass er wirklich am liebsten sich zurückgezogen hätte wie ein buntes Tier. Es war ein schlimmes Jahr für ihn, denn er war auch sehr krank, was wir am Anfang nicht wussten. Und er magert es ja ab. Er sah nicht so gut aus, er hatte Schmerzen im ganzen Körper, aber er wollte nicht davon sprechen. Er hat gesagt, das muss so sein. Er war nicht traurig, er war ganz normal, er konnte auch lachen, aber man hat, ich, wenigstens, habe ich gemerkt, das ist nicht mehr, was er war. Nur die Leute, die ihn nicht gekannt haben und zu ihm kamen, haben nichts gemerkt. Die haben nur auf Heilung gewartet. Man hat gesagt, wenn man zu ihm kommt, man wird geheilt, auch wenn er nichts tut. Und die Leute haben gehofft für sich selbst. Die haben nicht gemerkt, wie er ihn ging. Aber ich wusste es. Ja, es war schwer. Beim letzten Mal erzählte mir Herr Gröning, dass er sich sehr schwer täte mit dem Schlafen nachts. Er hat nachts manchmal so schlimme und furchtbare Schmerzen, dass es sich anfühlt, als wenn Schwerter in seinem Inneren sich drehten oder so ähnlich. Also es war sehr schwer auszuhalten. Er hat nicht gesagt, es war nicht auszuhalten, sondern es war sehr schwer auszuhalten. Als Bruno Gröning das letzte Mal in Klagenfurt war, da hatte ich das Glück und die Gelegenheit, neben ihm zu sitzen. Und auf einmal sagte er, er krümmt sich so ein bisschen und sagte, ach Maria, ich habe solche Schmerzen. Und ich sagte, mein Gott, warum denn? Dann hat er gesagt, nein, es ist schon wieder vorüber. Aber er hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei. Und er war sehr ernst und traurig. Im August 1958 durfte ich mit Bruno Gröning in Lourdes sein. Er sah sehr schlecht aus. Eingefallen. Er aß wenig. Tja, mein Gott, das hat er immer getan. Aber ich beobachtete, dass er von der Frau sich Lourdes Wasser von der Quelle holen ließ und das für sich verwendet hatte. Und das ist mir so aufgefallen, warum so etwas notwendig ist für ihn. Gröning wird auch vom Gröning-Bund bitter enttäuscht. Die Unterstützung, die er sich versprochen hatte, erhielt er nicht. Durch engstirnigen Bürokratismus und fehlenden Einsatz, wie er selbst sagt, hätte man ihm sehr geschadet. Unter anderem fühlte er sich bei den Prozessen im Stich gelassen, vor allem, was die Finanzierung betraf. Aktionen gegen die Pressehetze wären ebenfalls unterblieben. Anstelle des Gröning-Bundes wird 1958 der Verein zur Forderung seelisch-geistiger und natürlicher Lebensgrundlagen gegründet. Grönings Name taucht dabei nicht mehr auf, da, wie er sagt, sein Name bei vielen wie ein rotes Tuch auf den Stier wirkt. Da Bruno Grönings Rechtsanwalt Dr. Grasmüller gegen das Urteil von Januar 1958 Revision eingelegt hat, meldet sich die Staatsanwaltschaft erneut. Auf jeden Fall war es falsch, die Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Die Strafkammer selbst hat Zweifel, ob der Angeklagte unter der Einwirkung der Aussetzung in Zukunft ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben führen werde. Haben Sie das? Seine Persönlichkeit, sein Vorleben und die Tatsache, dass er auch heute noch von einem großen Kreis blind vertrauende Anhänger umgeben ist, deren Einnahmen ihm ein angenehmes Leben ermöglichen, lassen vermuten, dass er auch weiterhin die Heilkunde, wenn auch in getarnter Form, ausüben werde. Bei der Schwere der Tat, der Verantwortungslosigkeit und der Gefühlslosigkeit des Angeklagten, hätte sich das Gericht aber darüber auslassen müssen, ob nicht die Vollstreckung der Strafe aus dem Gesichtspunkt der Abschreckung und der Söhne sowie zur Genugtuung der noch lebenden Mutter der Verstorbenen geboten gewesen wäre. Er hat gesagt, die Menschen schnüren wir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Und kurz vor seinem Tod, da hat er das auch gesagt, gesagt, er verbrennt innerlich, weil er nicht mehr heilen darf. Bruno Grönings dick angeschwollener Hals hat nach eigenen Aussagen nichts mit einer Krankheit zu tun. Er hat gesagt, dieser Kropf, das ist nicht ein Kropf, wie alle Menschen haben und eine Krankheit. Er hat vielen Menschen geholfen, die Kropf hatten, nur mit der Hand gehoben, so und Kropf war weg nachher. Aber er hat gesagt, ich mache gar nichts gegen mich und das ist so und bleibt so, weil die Kraft geht in diesem Hals rein. Die Kraft ist da und das bleibt bis zu meinem Tod. Ich durfte dabei sein, als Herr Sterneder, der Dichter, Herrn Gröning fragte, Herr Gröning, was ist mit Ihrem Kropf? Man berichtet so wunderliche Dinge. Was ist die Wahrheit? Und dann hat Bruno Gröning es folgend erklärt. Er sagte, wenn ich zu Tausenden wirken darf, dann wird mein Hals ganz groß und reicht bis über die Brust. Ich habe nämlich keinen Kropf. Ich habe nur eine Drüse. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl dabei. Wenn ich nur zu Hunderten wirken kann, dann wird die Drüse kleiner. Da fühle ich mich noch wohl. Wenn ich weniger Freunde vor mir habe, dann wird die Drüse ganz klein. Und da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und wenn man mir das Wirken ganz verbieten wird, dann werde ich innerlich verbrennen. Im Spätherbst 1958 fährt Bruno Gröning mit seiner Frau Josette nach Paris. Sie drängt ihn zu dieser Fahrt, da sich sein Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Ihr Weg führt zu dem gut befreundeten Arzt und Krebsforscher Dr. Grabon. Aufgrund von Röntgenaufnahmen diagnostiziert man bei Gröning Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Dr. Grabon will sofort operieren. Bruno Gröning besteht jedoch darauf, trotz heftiger Proteste der Ärzte noch einmal nach Hause zu fahren. Dort bespricht er in seinem Haus in Plochingen am 4. Dezember 1958 ein Tonband für alle Gemeinschaften, da er selbst zu den von ihm zugesagten Gemeinschaftsfeiern nicht erscheinen kann. Dieses letzte offizielle Tondokument nutzt Gröning zu einem eindringlichen Aufruf zur Umkehr zu Gott. Wie weit ist die Menschheit abgegangen von dem Weg, der uns, der alle Menschen zu Gott führt? Wer das Göttliche will, muss sich Gott nähern. Und er muss wirklich den Weg gehen, den Gott für uns allen, für jeden bestimmt hat. Natürlich dürfen Sie nicht mehr dem Bösen verfallen, natürlich dürfen Sie sich dem Bösen nicht mehr hingeben. Daher rufe ich Sie auf zur großen Umkehr. Gröning fährt kurze Zeit später wieder nach Paris. Auf Anraten Dr. Grabons begibt er sich in die Privatklinik von Dr. Belanger, einem angesehenen Spezialisten für Krebschirurgie, in die Rue Ener. Sie haben gesagt, das ist ein ganz besonderer Mensch und das ist selten, dass es solche Menschen gibt und die sich nicht herausgeben und Geld machen davon. Er bleibt bescheid und er hilft, wo er überall helfen kann, ohne zu sagen, ich heile. Und die haben ihn bewundert, deshalb hat ein anderer viel Geld gemacht davon. Aber er nicht. Und die waren bis zum Schluss seine Freunde. Am 8. Dezember 1958 wird Bruno Gröning operiert. Doch sein Zustand ist schlimmer als erwartet. Sowohl Dr. Belanger als auch Dr. Grabons sind schockiert. Dr. Belanger hat auch mir gesagt, es sieht aus, als ob sein Körper ganz verbrannt wäre. Also der war verbrannt innen. Er hat sicher gelitten, aber nicht beklagt. Nein. Gröning hatte bereits vor der Operation seiner Frau angedeutet, es ist viel schlimmer als das, was die Röntgenaufnahmen zeigen. Ich weiß, was mir fehlt. Mir kann keiner helfen. Er hat gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht, wie sie mich bekämpfen, was für Gnade sie haben, mich zu haben. Und jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Herr Louis Emmerich, langjähriger Freund Grönings, schreibt in seinem Buch »Der sechste Sinn« über ein Erlebnis im Frühsommer 1956. Als wir nach dem Kaffee allein beisammensaßen und über Dinge von morgen sprachen, bekannte er mir plötzlich, »Ich werde nicht mehr sehr lange leben, nur noch wenige Jahre. Ich werde 1959 sterben.« Ich redete ihm diese Auffassung aus, war aber von dem Ernst, mit welchem er betonte, dass er 1959 sterben werde, aufs Tiefste betroffen. »Ja, es waren ungefähr so zehn, zwölf Menschen hier. Die saßen hier so rundum. Stühle und Sessel hatten wir so gestellt. Bruno Grönings saß hier. Und er sprach wie üblich. Es wurde nicht diskutiert, er hat ja nie diskutiert, sondern er sprach. Und er erwartete von uns, dass wir zuhörten, was wir auch alle taten. Und dann sagte er nach einer kleinen, winzigen Pause, »Ich werde nicht mehr lange bei euch sein können, aber denkt daran, ich kann euch immer noch helfen.« Und damit machte er Schluss, und es war ganz totenstill hier im Zimmer. Das war dieses Zimmer hier, und ich kann mich erinnern, dass ich das Gefühl hatte, das ist wie in einer Kirche, so feierlich. Dass keiner was sagen mochte. Es dauerte eine ganze Weile. Und alle hatten dieses Gefühl. Mit meinem Mann habe ich das später natürlich besprochen. Ja, das habe ich auch so empfunden. Das war eine Art von Abschied und gleichzeitig auch eine Art von Trost. Und dann sagt er das wichtige Wort. Sterben müssen alle Menschen. Ich werde auch sterben. Den Körper wird mir in die Erde legen, aber ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und wenn es so weit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. Am 22. Januar 19159 kommt es vor dem Oberlandesgericht München zur Revisionsverhandlung. Gröning will das Urteil vom Januar 1958 anfechten, das einem Heilverbot gleichkön. Zum Aufruf kommt die Strafsache gegen Herrn Bruno Gröning. Wegen vergehender unerlaubten Ausübung der Heilkunde und fahrlässiger Tötung über die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts München II vom 16.02.1958. Er selbst kann jedoch bei der Verhandlung nicht mehr anwesend sein. Er ist der Schiene der Verhalter Peter und der Übergabe einer Untervollmacht für Rechtsanwalt Grasmüller. Zum exakt gleichen Zeitpunkt muss er sich in Paris aufgrund des Verschlusses des Dickdarmbogens einer Notoperation unterziehen. Dr. Belanger zeigt sich Josette Gröning gegenüber schockiert. Die Zerstörung in Brunos Körper ist furchtbar. Es ist eine innere, totale Verbrennung. Wie er so lange leben konnte, ist mir ein Rätsel. Das Ende ist aber nahe. Ich habe auch selbst gewusst, dass nichts mehr zu machen ist, weil Körper ist Körper. Und die Ärzte, die ihn geliebt haben, wir waren befreundet, Professor Belanger, Dr. Grubon, und sie haben gesagt, dass es nichts mehr zu machen ist, dass es bald zu Ende ist. Und ich sage, ja, ich weiß, ich sehe ihn doch. Ich sage, dass es nichts mehr zu machen ist. Ich habe gewartet, bis Schluss war. Das war eine sehr schwere Zeit. Ich habe auch immer wieder. Gröning stirbt am 26. Januar 1959 um 13.46 Uhr in Paris. Er selbst äußerte oft, dass dies seine glücklichste Stunde sei, wenn er den Körper endlich verlassen und heimgehen dürfe zu seinem Vater. Dr. Belanger sagt zu Josette Gröning mit Tränen in den Augen, diese gottbegnadeten Menschen haben auf der Erde einen schweren Weg. Ihre Tragödie ist es, sich selbst nicht helfen zu dürfen, nachdem sie Tausenden geholfen haben. Bruno Gröning war ein Übermensch. Er war auf der Bahn Christi. Das Phänomen Gröning schien beendet. Im Totenschein wird vermerkt, dass er an Krebs gestorben sei. Dr. Belanger bezeichnete Grönings Zustand aber auch als innere, totale Verbrennung. Eine Todesursache, die Gröning vorhergesehen hatte, wenn man ihm das Heilen immer wieder verbieten würde. Doch er sagte auch, Aufzuhalten ist es nicht. In der ganzen Welt soll sich die Heilung vollziehen. Wer mich rufen wird, für den werde ich da sein und ich helfe weiter. So Gott will. Der Grenzwissenschaftler Professor Hohmann sagte einmal über ihn, Immer wenn die göttliche Ordnung nicht mehr im Mittelpunkt des menschlichen Daseins stand, wie heute bei uns, fanden sich Begnadete, die zur Besinnung und Rückkehr zum Allmächtigen aufriefen. Für solch eine Sondererscheinung halte ich Herrn Gröning. Kommende Generationen werden sich mit ihm und seinem Werk beschäftigen. Ich glaube Ihnen jetzt das Wichtigste mit auf den Weg gegeben zu haben, in dem ich ihn wirklich alles liebe, alles Gott Erdenkliche von ganzem Herzen wünsche. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen, wenn Sie es nur tun. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott, Gott ist überall. Möchtung. 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 Amen. 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 Amen.